Die Generalistik ist ja eine komplett neue Ausbildung. Das bedeutet, dass ich in allen möglichen Bereichen der Pflege ausgebildet werde. Der Vorteil durch die Generalistik ist, dass man viel mehr Zeit für die Schüler und Schülerinnen hat. Das ist schon auch anspruchsvoll, das zu lernen, gerade was jetzt medizinische Inhalte angeht. Es ist eine tolle Erfahrung, wenn man den Pflegebedürftigen helfen kann und man dann sieht, wie glücklich sie dabei sind. ina 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 na ina 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 ina